Tja, nichts Neues. Hinnwand. Jaja, das hatten wir auch. Können wir ihm vielleicht die Baldrian-Tropfen geben? Noch mehr Medizin! Können wir die mit der Schokolade verwenden? Baldrian-Tropfen. Oder ihm Schokolade geben. Langweilig. Tja. Probieren wir nochmal Karten zu spielen. Nehmt eure Plätze ein. Ja, 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 ja. Gegner fragt nach Karte. Nehm nur, die wollte ich eh nicht haben. Gegner fragt nach Karte. Na warte! Gegner fragt nach Karte. Die Karte wollte ich eh nicht haben. Das geht natürlich noch besser weiter. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. So, dann fragen wir doch mal. Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr gut. Mal sehen, welche Karte du da hast. Die Karte hast du ganz bestimmt. Nein, schon wieder nicht? Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Wie machen die das nur immer? Gegner fragt nach Karte. Schade. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Wähle eine Karte. Was wählen wir denn? Das Auge? Das sind die 3. Die Karte hast du ganz bestimmt. Na, verflixt. Fast. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. So, dann wissen wir ja, was wir jetzt tun. Die Karte hast du ganz bestimmt. Haha. Mal sehen. Und das machen wir natürlich weiter. Die Karte, die hast du bestimmt. Sehr gut. Mal sehen. Gib uns auch noch die letzte. Die Karte hast du ganz bestimmt. Sehr gut. Schon wieder ein Quartett. Mal sehen. So, hier, Feuer. Die Karte, die hast du bestimmt. Gut gespielt. Mal sehen, welche Karte. Du da hast. Das ist doch auch die 1. Die Karte, die hast du bestimmt. Na, verflixt. Schade. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Diese Karte ist leider futsch. Ja, die wird das jetzt abnehmen. Gegner fragt nach Karte. Schade. Und Quartett. Gegner fragt nach Karte. Oh, nicht mal. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Ganz schön, dann fragen wir mal hier nach. Die Karte hast du ganz bestimmt. Sehr gut. Mal sehen. Dann hast du auch die letzte. Die Karte, die hast du bestimmt. Bonus. Bonus. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Achso ist er jetzt dran. Woher wusstest du das nur? Gegner fragt nach Karte. Woher wusstest du das nur? Woher wusstest du das nur? Gegner fragt nach Karte. Gegner fragt nach Karte. Das ist unfair. Gegner fragt nach Karte. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Ich hatte doch recht. Du bist an der Reihe. Das ist ziemlich fies. Die Karte, die hast du bestimmt. Ach, verflixt. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. So, jetzt nimmt er uns alle ab. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. Hast du vielleicht die hier? Die Karte hast du ganz bestimmt. Haha. Mal sehen. Na schön. Hast du auch die hier? Die Karte hast du ganz bestimmt. Gut gespielt. Mal sehen, welche Karte du da hast. Und die letzte. Die Karte hast du ganz bestimmt. Haha. Ah. Quartet. Mal sehen. So, dann fangen wir mal nach Feuern. Die Karte hast du ganz bestimmt. Wunderbar. Mal sehen. Und die. Die Karte, die hast du bestimmt. Gut gespielt. Schon wieder ein Quartet. Spiel vorbei. Ich glaube Pac-Man mag ich lieber. Ja, warum bloß. Mist. Ich weiß auch nicht, ob wir ihn jetzt besiegen müssen oder nicht. Einmal probiere ich es noch. Das Spiel beginnt. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Die Karte wollte ich eh nicht haben. Alter, der macht hier wieder mit einer Karte ein Quartett. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Wähle eine Karte. Die Karte. Die hast du bestimmt. Ach, das hätte ich wissen können. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Habe ich nicht. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Wähle eine Karte. Hast du vielleicht unseren fehlenden Stein? Die Karte hast du ganz bestimmt. Nein, schon wieder nicht. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Karte aufnehmen. Du bist an der Reihe. So, hast du vielleicht Feuerkarten für uns? Hm. Die Karte. Die hast du bestimmt. Haha. Sehr schön. Mal sehen, welche Karte du da hast. Oh, vielleicht die letzte. Die Karte. Die hast du bestimmt. Haha. Sehr schön. Quartet. Quartet. Mal sehen, welche Karte du da hast. Jetzt möchte ich nochmal nach den Steinen fragen. Wie Karte? Die hast du bestimmt. Ja, das war Absicht. Karte aufnehmen. Ach, sieh an. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Oh, das war meine Lieblingskarte. Gegner fragt nach Karte. Die Karte wollte ich eh nicht haben. Mist. Gegner fragt nach Karte. Fast. Karte aufnehmen. Ach, ne. Wähle eine Karte. Na dann nehmen wir doch mal die. Die Karte hast du ganz bestimmt. Nein, schon wieder nicht? Das gibt's ja gar nicht. Karte aufnehmen. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Wie machen die das nur immer? Gegner fragt nach Karte Wie machen die das nur immer? Also gut, er hat wieder gewohnt Die Karte wollte ich eh nicht haben Gegner fragt nach Karte Fast Karte aufnehmen Wähle eine Karte Die Steune Die Karte, die hast du bestimmt Sehr gut Warte So, hast du auch noch die letzte Die Karte, die hast du bestimmt Extra leben Karte aufnehmen Unentschieden Game over Ja, also das Quartett spielen, das ist mir einfach ein bisschen Hm Der Kirchenmaus bringt uns leider nicht weiter So, spannendes Buch Schauen wir doch nochmal Nach unserem Kobold Wie könnten wir denn da rüber kommen? Das klappt so Können wir vielleicht Das wäre eine Möglichkeit Dass wir vielleicht mit Plate hochkommen Geschlossen Ich gehe ein Ja, ja Geh du mal zum Fenster Oder können wir uns hier jetzt mit dem Hofanker Ich bin besser Schade So, hier Poston Hallo Plato Hallo Jerry Du bist aber noch spät auf den Beinen Ja, ich weiß Na, wohin soll es gehen? Kommen wir hier irgendwie Mein Fahrrad hat mich weit gebracht Hm Nicht einmal hat es mich im Stich gelassen Auf geht's So bei Nacht an der Augen Bis später Bis dann, Plato Ach ja Was geht denn hier vor? Mir stehen die Körper zu Denn ich Ich habe ihn entdeckt Aus dem Gefängnis seiner Existenz befreit Und für uns urbar gemacht Mir steht der Besitz zu Denn ich habe die vier Metalle in seine Hände gelegt Wenn seine Vergeltung beginnt So, so Beginnt unser Werk Welches Werk denn? Mir steht das Land zu Denn ich habe ihn wissen lassen In welcher Reihenfolge Er sie in den Stamm treiben muss Wenn sie ihre Wirkung tun Tun wir Definitiv Unser Werk Mir gehören die Seelen Von mir weiß er Wie viele Schläge er machen muss Hat er sie gemacht Machen wir uns ans Werk Jemand lauscht Nur ein Kind Ein Mensch Einer von uns Können wir denn mit der seltsamen Versammlung reden Äh Entschuldigung Ein Kind Äh Wir machen uns Sorgen um dich Menschen Wie wir Machen sich Sorgen Siehst du genau hin Kannst du die Sorgen in unseren Gesichtern ablesen Junge Wer weiß dass du hier bist Was wenn du verschwindest In einer unglückseligen Nacht wie diese Unglückselig? Aber ich Bald wird diese Welt geheilt werden Keine Sorge mehr um Geld Um Grund und Boden Um Glück Um Gesundheit Aber du Machst uns Sorgen Okay Gehen wir mal zum Portalraum So Hier geht ja sonst auch nichts mehr Oder? Nichts Neues Das Spinnennetz Können wir das mitnehmen jetzt? Vielleicht können wir das als Trampolin benutzen